moin moin und willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute wollen wir uns anschauen wie wir uns eine neue e mail adresse über den anbieter web.de erstellen können dazu gehen wir einfach nur in den browser und geben dort ein web.de dann haben wir hier den ersten treffer schon gleich dort gehen wir auf die internetseite und dann kamen wir hier unten unter bei e mail kostenlos registrieren da klicken wir drauf und dann können wir uns auswählen kostenlose free mail oder auch für 5 euro monat club oder den club 100 für 699 das interessiert uns allerdings nicht da geht es nur darum dass man unbegrenzten e mail speicher haben mehrere e mail adressen erstellen können aber mit unserem 1 gb e mail speicher werden wir auf alle fälle hinreichen wir gehen auf jetzt registrieren dann geben wir dementsprechend eine e mail adresse ein sagen prüfen ja die ist noch frei und dann fangen wir an unsere daten einzugeben sprich nachname vorname post leitzahl und so weiter ich mache das jetzt mal kurz so ansonsten passwort bitte immer ein großbuchstaben ein kleinbuchstaben eine zahl und ein sonderzeichen mindestens acht zeichen lang dann sind wir immer auf der sicheren seite jetzt geben wir noch eine handynummer ein gucken ob er die so nimmt so 6 f c 3 y 4 mal sehen ob das stimmt so ansonsten ein bonusprogramm weil wir nicht daran teilnehmen wir wollen jetzt einfach nur eine e mail adresse erstellen ja das hat er soweit genommen so und dann können wir auch schon zum postfach gehen und dann sind wir auch schon eingeloggt hier oben sehen wir dann unseren e mail speicher beziehungsweise den online speicher von zwei gigabyte weil es dient ja auch gleichzeitig als cloud hier oben kann ich dann dementsprechend eine e mail schreiben an irgendwen was auch immer wenn ich jetzt mehrere e mail adressen hätte könnte ich hätte sich hier dann dementsprechend auch die e mail adresse wechseln das wäre dann zum beispiel bei dem premium konto für 5 euro für 690 dann der fall ansonsten habt ihr hier eure ungelesenen e mail adressen euro gelesenen e mails da könnt ihr einfach einen haken rein machen und sagt dann hier oben löschen und dann ist das auch schon weg die um könnte übrigens auch draufklicken da kommt auch schnell rein in e mail schreiben hier ganz normal eure anhänger und so weiter und so fort wenn ich das nochmal gesondertes video machen soll sagt einfach bescheid dann können wir auch noch mal durchgehen mit den online speicher dann also den cloud speicher nutzen kann dann schauen wir uns das dann dementsprechend noch mal anschauen ansonsten wäre schön wenn ein like da lasst guckt auch gerne meine anderen videos mal durch lasst mir gerne ein abo da ansonsten wünsche ich euch noch viel spaß und ein schönes wochenende so